Hallo und herzlich willkommen zu meinem heute mit dir. Wo bist du? Wo arbeitest du? Wo ist Papa? Wo spielt er? Wo spielt er? Was? Was ist das? Was kochst du? Was liest du? Was liest du? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Wer? Wer? Wer bezahlt? Wer bezahlt? Wer bezahlt? Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wie? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie läuft das? Wie läuft das? Wie läuft das? Wie viele Leute? Wie viele Leute? Wie viele Leute? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie funktionieren Computer? Wie funktionieren Computer? Wie funktionieren Computer? Wann? Wann schreibst du? Wann schreibst du? Wann schreibst du? Wann frühstückst du? Wann arbeitest du? Wann lernst du? Wann lernst du? Wann gehen wir? 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 Wann laufen wir? Wann laufen wir? Wann lügen Sie? Wann schreibst du? Warum schläfst du? Wofür? Wofür sparst du? Wofür spartst du? Wofür interessierst du dich? Wofür möchtest du das? Wofür brauchst du das? Wofür hast du es gekauft? Wofür hast du es gekauft? Wofür hast du es gekauft? Wofür ist es? Wieviel Paar Socken hast du? Wieviel Paar Socken hast du? Wieviele Bücher hast du gelesen? Wieviele Bücher hast du gelesen? Wieviele Menschen sind dort noch da? Wieviele Menschen sind dort noch da? Wieviele Menschen sind dort noch da? Wieviele Wochen ober七夕 gekommen? Wie lange bleiben sie? Wie lang ist dies? Wie lang ist dies? Wie lange hast du gewartet? Wie lange dauert die Fahrt? Wie lange dauert die Fahrt? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wohin fährst du? Wohin fährst du? Wohin fährt dieser Zug? Wohin ist sie gegangen? Wohin ist sie gegangen? Wohin wirst du umziehen? Wohin wirst du umziehen? Woher? Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommt dein Freund? Woher kennen wir uns? Woher kennen wir uns? Woher wissen sie das? Woher kennst du meinen Namen?